Guck mal, da ist die Eisdiele. Gleich gibt es leckeres Eis. Ja, den holen wir uns fünf Bollen. Ja, das wird ein leckerer Schmaus. Hallo Kinder, was möchtet ihr denn für ein Eis? Ich möchte Schoko in fünf Bollen. Okay, Waffel oder Becher? Becher. Okay. Und der nächste? Ich möchte Apfel in Waffel. Okay. Dann sagt der nächste bitte. Ich möchte Banane in Becher. Okay. Und ich möchte Schoko in Waffel. Okay, und für mich bitte ein Eiskaffee. Oh, ist das lecker. Und nachher gehen wir dann gleich auf den Spielplatz. Ja, und dann spielen wir was Schönes. Ja, verstecken oder so. Ja, oder vielleicht Prinzessin und Prinz. Oder wir klettern die Steinwand hoch. Ja. Ach, es ist einfach so aufregend. Wow, ist das schön. Guck mal, wie schön das alles hier ist. Ein Karussell. Ich gehe aber zuerst zu der Kletterwand. Und ich gehe zuerst zum Karussell. Kann ich auch mit dir Karussell fahren? Okay. Können wir lange bleiben, Mama? Ich überlege noch ein bisschen. Hier können wir bestimmt was Tolles spielen. Hier können wir bestimmt was Tolles spielen. Oh, es ist so schön. Guck mal, die Kletterwand. Und die Igel, die sind auch ganz süß. Ja, oder hier hochklettern. Guckt mal. Ach ja, Kinder. So wie es aussieht, gefällt es euch hier ganz arg. Dann bleiben wir ein bisschen länger. Mama, kannst du uns anschauen? Ja, ich komme schon. Oh, es ist so schön hier. Mama, es wird uns ein bisschen schwindelig. Ja, ist schon gut. Ich gehe mal was anderes machen. Mhm. Ich auch. Oh, guck mal, der süße Hund da. Komm, gehen wir zu dem Hund. Ja, der ist goldig. Oh, der ist echt süß. Mama, können wir den behalten? Bitte. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht gehört er jemanden. Ja, aber er ist ja hier alleine. Ja, vielleicht hat seine eigene Mama ihn verloren. Ja, aber bitte, können wir ihn behalten? Okay. Kommt, Kinder, wir gehen nach Hause. Der Tag ist rum. Ja, mit dem neuen Freund. Ja, können wir denn noch ein bisschen mit ihm spielen? Im Garten? Okay. Tschüss. Tschüss. Wo?